Hau! Unglaublich! Sagt da der Cowboy zu seinem Freund. Dieser Indianer weiß, wie weit sie sind, wie viele Pferde es sich, sogar welche Fragen sie haben, und wer und was im Wagen ist. Wahnsinn! Da schaut der Indianer auf und sagt... Haben die überfragt, halbe Stunde davor. Hau! Toller Witz, oder? Ja, ja, der echt Wexie! Hau! Ja! Juhu! Hau! Hau! Hey, ich glaube, wir kommen an eine Schule. Da kommt ein Mädchen, in einem Tierlieberkostüm. Vielleicht kennt wir das Geheimnis am Neusturm. Bonjour, mademoiselle. Je tiens vers votre connaissance. What? Louis, hier muss man Englisch sprechen. Das kannst du nicht. Tu ne peux pas parler en vrai. Ähm, und... Do you can, ähm... Say go home next at the Leucht... äh, Light Tower? I don't know what you guys want, but I definitely have no time for Schmaltalk. I'm a cheerleader, and we have to support our sporting events. Und? Was haben sie gesagt? Der Komplikant... Ähm, naja, so ungefähr. Sie macht irgendwas mit Sport oder so. Schauen wir doch einfach mal, was jetzt passiert. Ladies and Gentlemen, the M-H-S-C-C, the Planet Chiefs High School Cheerleading Channel. Wir fahren jetzt ein bisschen Sport. Hier in den USA. Für alle steigt die Big Party. Das ist doch echt okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017